Vivi gewinnt ein weiteres Mal einen Preis und zwar bei einer neuseeländischen Bewertung. Außerdem schauen wir uns alle bevorstehenden Drops nochmal ganz genau an und was da alles jetzt auf uns zukommt. Außerdem gibt es ein Comeback eines sehr beliebten Formates von euch. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute mit einer Menge Themen auf jeden Fall mit dabei, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht um den heißen Brei herumreden und wir starten direkt rein ins Video. Und starten würde ich sagen, tun wir an dieser Stelle mit einem wirklich coolen Announcement, denn Vivi hat einen weiteren Award gewonnen, und zwar nicht den Deloitte Fast 50. Und das ist ein Award, der an Unternehmen geht, die sehr, sehr schnell wachsen. Wir können uns mal anschauen, was dahinter steckt, hinter diesem Unternehmen, die, wie wir jetzt hier zum Gewinner gekürt haben. Deloitte ist eine weltweit führende Anbieter von Wirtschaftsprüfungs-, Beratungs-, Finanzberatungs- und Risikoberatungs- sowie Steuer- und Verwandten-Dienstleistungen. Mit mehr als 150 Jahren harte Arbeit und Engagement wirklich etwas zu bewirken, ist unsere Organisation an Umfang und Vielfalt gewachsen. Etwa 286.000 Menschen in 150 Ländern und Territorien bieten diese Dienste an. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Bewertung auch hier, wo Vivi diesen Award gewonnen hat. Und man muss auch immer ganz klar sagen, wir tritt ja nicht nur gegen die eigene Branche, das heißt sozusagen den NFT-Space an natürlich, sondern gegen viele weitere Unternehmen, auch in Neuseeland. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Sache. Und die werden genauso wie auch viele andere Unternehmen natürlich genau hinter diese Unternehmen schauen, sich Zahlen geben lassen, damit das Ganze natürlich auch wirklich bewertet werden kann. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall, finde ich, für Vivi ein riesiger Erfolg. Am Donnerstag um 20.30 Uhr ist der nächste Livestream und das mit WC-Ente. Der ist unter den Top 20 Vivi Wales und deswegen schaut auf jeden Fall unbedingt am Donnerstag um 20.30 Uhr deutsche Zeit vorbei. Wir werden dort unter anderem noch das Twitter-Giveaway von WC-Ente auslosen, wo er einen Funko-Pop-Ironman verlost hat. Ansonsten schauen wir uns nochmal ganz kurz die nächsten Comics an. Amazing Spider-Man Hashtag 299. Hier heute um 17 Uhr deutscher Zeit. Natürlich wie immer mit exklusiven Rare-wie auch Ultra-Cover. Bei mir persönlich gefällt hier die Ultra auch extrem gut. Das Ganze wird eine Auflage von 6.000 Editions haben und einen Listenpreis von 7 Gems. Unter anderem werden wir hier die First Appearance of Cameo Venom drin haben. Und wir haben natürlich auch nochmal die Go-Collect-Daten hier mit dabei. Das Ganze hier bei einer 9.8 Grad mal einen Wert von 475 Dollar. Es ist eigentlich die First Appearance von Venom. Es wird aber von vielen Sammlern eher nicht so gesehen. Offiziell ist es aber tatsächlich so, es wird von vielen aber eher das Amazing Spider-Man Hashtag 300 als Venom First Appearance bezeichnet. Von daher, ja, leider das Comic leider hier ein bisschen darunter, aber eigentlich ist es tatsächlich die First Appearance von Venom. Kommen wir zum nächsten Comic und zwar nämlich an Kenny X-Man Hashtag 3. Was am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen wird, natürlich auch wie immer mit exklusiven Rare-wie auch Ultra-Cover. Unter anderem haben wir hier auch wieder eine Editionzahl von 6.000 Stück und einen Listenpreis von 7 Gems. Wir haben hier außerdem die First Appearance von Block drin, was jetzt keine außergewöhnliche First Appearance ist. Wenn wir uns aber auch die Go-Collect-Daten anschauen, da muss man doch mal auf jeden Fall sagen, ist das auf jeden Fall kein schlechter Preis hier für eine 9.8 75.000 zu bezahlen im Jahr 2023. 9.6 19.000 und wenn man die auch weiter runter geht, selbst für eine 6.0 bezahlt man noch über 1.000 Dollar. Also wir sprechen hier von keinem so schlechten Comic. Man sollte es aber, denke ich, an dieser Stelle auch nicht überbewerten. Denn wir sprechen im Endeffekt jetzt hier von keinem Mega-Great-Comic, wo noch eine 9.8 über 100.000 geht. Aber es ist auf jeden Fall kein allzu schlechtes Comic. Zum Start in den Dezember sehen wir am Freitag, dem 1. Dezember, eine weitere Series von Dagobert Duck Büchern. Und hier werden wir um 17 Uhr deutscher Zeit, wie gesagt, neue Hefte bekommen. Und diese gibt es tatsächlich auch schon in physischer Version. Aber tatsächlich habe ich dazu sehr, sehr wenig gefunden. Wenn man jetzt hier auf GoCollect das Ganze sucht, wird man dazu nicht wirklich etwas finden. Wenn man dazu aber auf Ebay schaut, sieht man hier, dass es unterschiedlichste Anbieter aus Kanada, Australien und auch den Vereinigten Staaten zu diesen Büchern gibt. Diese sind hier so für 13 bis 70 Dollar gelistet. Was jetzt der wirkliche Realpreis hier ist und wie man das Ganze einschätzen kann, kann ich euch persönlich nicht sagen. Ich bin bei dem Comic auch sehr, sehr unsicher. Aber aufgrund dessen, dass die letzten Comics auch nicht allzu gut gegangen sind, würde ich tatsächlich hier auch meine Erwartungen sehr, sehr runterschrauben. Und ich werde auch definitiv diesen Drops. Die Neuseeländische Post wird weitere Briefmarken auf der VW App droppen in der zweiten Series. Hier insgesamt wieder mit vier Stamps. Das Ganze wird am 2. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Aber hier mit diesen Briefmarken ist an dieser Stelle nichts Besonderes meiner Meinung nach. Wir haben es auch bei der ersten Series gesehen. Sie sind nicht außergewöhnlich gut gegangen. Es ist natürlich ganz nett für den MCP hier günstig einzukaufen. Aber für mich persönlich ist auch das hier ein Skip. Ich komme nun zum nächsten Thema und das muss ich wirklich sagen, freut mich extrem. Denn mit dem Release von der App Stagger von Dr. Profit ist es tatsächlich mir auch möglich, ein altes Format wieder zum Leben zu erwecken. Was ihr da draußen sehr gefeiert habt und was mir auch an den Klickzeilen gezeigt hat, dass ihr das tatsächlich auch wieder wollt. Und mich tatsächlich auch viele angeschrieben haben, die das wieder wollen. Und das ist nämlich das Format. Ich bewerte dein Portfolio. Beziehungsweise dein Portfolio wird es jetzt heißen. Das ganze Format wird ab 2024 wieder zum Leben erweckt. Wie du daran teilnehmen kannst und viele weitere Details, das wird es dann ab 2024 geben. Beziehungsweise in meinem Neujahrsvideo dann zu 2024, wo noch viele, viele weitere spannende Details auf dich warten. Und ansonsten kann ich euch auf jeden Fall nur ein Video ans Herz legen. Und zwar nämlich von dem guten Payshnoddler zum Thema OMI-Token. Denn dort gab es nämlich eine sehr komische Ansichte von OMI-Watt, der wirklich sehr fahrlässig FUD gebetrieben hat. Meiner Meinung nach jedenfalls. Und deswegen schaut euch auf jeden Fall unbedingt dieses Video an. Das ist wirklich sehr informativ und wirklich nur empfehlenswert. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf den Fall für sich bei dir da draußen fürs Zusehen. Und wünsche dir auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend und bis dann, Herr Käpt'n. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.